Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 202. Mal bei Hoaxsiller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau Alexa. Hallo auch von mir. Ich freue mich, dass wir wieder senden. Und bei mir ist natürlich Alexander Hoaxmaster. Und damit herzlich willkommen im Jahr 2017 bei der ersten Episode diesen Jahres, in der wir uns einem zumindest, könnte man meinen brandaktuellen Thema widmen, und nachher, ob das Thema für uns so ein brandaktuelles Thema ist, wird sich sicherlich in unserem Interview in der Sendung dann herausstellen. Aber zunächst einmal muss euch Alexa erst mal was erzählen. Ja, in der Story geht es diesmal, wie sollte es anders sein, um die neue Trump-Administration, also die neue Regierung, die wir in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Man kann im Moment sowieso keine Zeitung aufschlagen, kein Newsportal öffnen, weder Twitter noch Facebook sich anschauen, ohne über irgendwelche grauenvollen Neuigkeiten dieser Regierung zu stolpern. Und in diese Kategorie fällt auch folgende Aussage, die nicht Trump selber getätigt hat, sondern sein Vize Mike Pence, der ja, das ist bekannt, ein glühender Verfechter der Anti-Abortion-Bewegung ist, der am liebsten es hätte, wenn Abtreibungen generell verboten wären. Und dieser Mike Pence hat neulich behauptet, Allowing rape victims to have abortions will lead to women trying to get raped. Also übersetzt, wenn man erlauben würde, dass Opfer von Vergewaltigungen Abtreibungen vornehmen lassen dürften, würde das dazu führen, dass Frauen versuchen würden, vergewaltigt zu werden. Das ist natürlich eine Aussage, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss oder auch nicht, wenn man nicht kotzen will. Und das hängt damit zusammen, das wird in einem Artikel im Newsportal Newslow noch etwas genauer ausgeführt, dass Frauen, wenn sie eine Abtreibung haben vornehmen lassen, Urlaub bekommen. Und so meint er dann, also um Urlaub zu bekommen, würden dann die Frauen sich vergewaltigen lassen und eine Abtreibung vornehmen lassen, um dann eben ein paar Tage frei zu bekommen. Und das sei also alles im Zusammenhang mit dem Sittenverfall zu sehen und ginge irgendwie gar nicht. Wenn es sich dabei nicht um eine Falschmeldung oder ein Gerücht oder eine sonst wie geartete Unwahrheit handelt. Die Schlagzeile habe ich auch einige Male gelesen. Insofern bin ich sehr gespannt, ob das dann stimmt oder vielleicht so nicht stimmt. Das erfahrt ihr natürlich am Ende der Sendung. Und jetzt steigen wir da mal direkt in das Hauptthema unserer Sendung ein. Thema der Woche In dem Themenschwerpunkt der heutigen Episode von Huxilla Da haben wir einen Gast eingeladen, der seit vielen Jahren Wegbegleiter und Freund von uns ist. Bei uns heute zu Gast, Dr. Sebastian Bartoschek. Glück auf! Hi! Genau, für all diejenigen, die jetzt vielleicht neue Hörer von Huxilla sind und die vielleicht Sebastian auch noch nicht wirklich kennen. Vielleicht einmal vorab weggeschickt, nicht nur arbeiten wir viel vor den Kulissen, sage ich mal, zusammen. Also das, was medial auch erkennbar ist, Sebastian, sondern vielmehr sind wir auch, glaube ich, in einem extrem regelmäßigen Kontakt über ganz viele Dinge. Ich glaube, das bekommen Zuhörer, Zuschauer, Leser gar nicht mit, aber es vergeht, glaube ich, kommende Wochen, der werden die uns intensiv austauschen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ich hoffe, dass die Leute das nicht mitkriegen, denn im Moment haben wir ja fast tägliche Briefings über den Zustand der Gesamtwelt jeden Morgen. Wenn das die Leser alles und die Hörer mitkriegen würden, dann weiß ich nicht, ob das immer so gut wäre für euch. Um kurz einzuordnen, nochmal für all diejenigen, die dich nicht kennen, Sebastian, wer du bist und was du machst. Es gibt das Institut Bartoschek aus dem Ruhrgebiet, der fing ja auch Glück auf. Das ist eigentlich dein Kerngeschäft und da gibt es auch eine Internetseite, die wir natürlich verlinken werden, www.institut-bartoschek.de und das trägt den schönen Untertitel Institut für psychologische Dienstleistungen. Vielleicht sagst du in zwei, drei Worten für all diejenigen, die ich halt nicht kenne, was du in deinem Institut so treibst. Genau, also Haupttätigkeitsfeld unserer Sache hier sind Gerichtsgutachten. Drei Viertel unseres Umsatzes entfallen auf das Verfassen von Gerichtsgutachten in familienrechtlichen Fragestellungen. Da geht es also darum, bei wem soll ein Kind leben? Also sorgerechtliche Fragestellungen oder wie oft darf irgendjemand das Kind sehen? Umgangsrechtliche Fragestellungen. Und seit diesem Jahr werde ich mit der Lydia Benecke noch ein bisschen mehr machen. Wir werden jetzt auch in den Strafrechtsbereich gehen. Und darüber hinaus, das verbliebene Viertel unseres Umsatzes kommt aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, unter anderem Landesprojekte an Schulen, die wir mit begleiten und Vorträge und Schulungen für Fachkräfte aus der sozialen Arbeit. Und was es bei dir nicht gibt, weil du kein Psychotherapeut bist, genauso wenig wie ich, es gibt keine Couch, also keine Couch im Sinne von der Psychotherapie-Couch. Ich habe ja hier eine Couch. Du hast eine Couch, ich weiß. Weil wir ja auch Hypnose anbieten. Also meine Mitarbeiterin haben ja eine Fortbildung gemacht. Hypnose in den evidenzbasierten Feldern, also Gewichtsabnahme, Tabakentwöhnung und Entspannung. Aber wir machen hier tatsächlich keine Therapie, weil keiner von uns Therapeut ist. Du hast auch keine Büste von Sigmund Freud irgendwie bei dir rumstehen. Tatsächlich habe ich von Sigmund Freud so eine lustige Sammlung von projektiven Testverfahren mir mal in Irland gekauft. Und die steht dann auch sehr schön prominent hier im Büro, aber als Klischee. Und ab und an, wenn ja hier schon mal Drehs sind, sehe ich immer zu, dass die Fernsehteams das nicht mit drauf kriegen. Ach so, gerade. Ja, es ist dann immer so, ach, da haben sie ja auch den Freud, den können wir... Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ja, ja. Und du machst das nicht alleine, sondern du hast einen Mitarbeiterinnenstab, glaube ich. Es gibt keine Männer bei dir im Team, ne? Es gibt derzeit keine, das ändert sich vielleicht im März. Derzeit habe ich vier Angestellten, davon drei Psychologinnen und eine Bürokraft. Und es kann aber sein, nee, und momentan noch jemand für die Buchhaltung in diesem Jahr dazugekommen. Aber es kann sein, dass wir uns ab März durch den ehemaligen Praktikanten verstärken, der nämlich auch Polnisch spricht. Und das ist ja so eines der Alleinstellungsmerkmale, dass ich eben auch Begutachtungen auf Polnisch anbiete, aufgrund meines Migrationshintergrundes. Und an dieser Stelle ein... Schön. Also für all diejenigen, die sich dann fragen, also die die Frage beantwortet haben, wie wir uns finanzieren, wir als Vuxilas, auch der Herr Bartoschek wird im Wesentlichen nicht vom CIA der Pharma-Lobby und anderen Leuten bezahlt, sondern der arbeitet recht hart. Ich habe letztens von jemandem eine Mossad-Mütze geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und tatsächlich habe ich die auch bewusst provokant in ein, zwei Videos getragen. Und die Leute meinen das sofort ernst. Die glauben, dass der Mossad mir tatsächlich Gelder überweist und ich solle Konten offenlegen und sowas. Und dann denke ich mir, Alter, wenn der Mossad mich überweist, würde ich dann mit verwackelter Selfie-Cam im Gelsenkirchener Zoo Sachen aufnehmen, wohl eher nicht. Das ist doch nur, das machst du doch nur, um die tatsächliche Faktenlage als Fake News zu haben. Genau, als Cover-Up-Aktion, genau. Aber interessant, die Formulierung, die du gerade benutzt hast, weil das nimmt bei uns auch in einem zunehmenden Maße zu diese Forderung der Offenlegung unserer Finanzen, wo ich mich immer frage, es geht immer echt nur ums Geld. Es geht nur ums Geld. Also, dass jemand tatsächlich aus freien Stücken einer gewissen Ansicht ist und diese Ansicht auch vertritt, scheint gar nicht mehr existent zu sein in den Köpfen einiger Leute. Das finde ich echt spannend. Naja, beziehungsweise, ich glaube, der Gedankengang ist ein anderer. Das, was wir vertreten, ist ja aus Sicht vieler einfach falsch und unmoralisch. Und wieso machen Menschen denn falsche und unmoralische Sachen aus Sicht dieser Leute? Naja, wenn überhaupt, dann aus finanziellen Gründen. Für das Gute muss man nicht bezahlt werden, aber dieses abartige Zeug, was wir machen jeden Tag, da muss man uns schon echt viel Geld für geben, damit man das macht. Ich glaube, das ist der Gedankengang dahinter. Wird der Gedanke sein, ja. Wo wir über abartigen Zeug sind, genau darüber wollen wir ja heute ein bisschen reden, weil dieses... Da sieht man es eigentlich schon, das ist so diese absolute Vorzeichenumkehrung, also das, was wir für faktisch und für belegbar halten. Da sagen diese Leute, das sind alles Verschwörungstheorien oder eben Lügen, um uns eben zu tarnen oder besser dastehen zu lassen. Während wir sagen, wir wollen weiterhin über genau solche Mechanismen aufklären und über das, was tatsächlich so an falschen Dingen berichtet wird. Wie begegnet man dem? Genau. Wie reagiert man da? Ich finde, man muss da erstmal mittlerweile begrifflich trennen. Das ist mir in den letzten Tagen nochmal aufgefallen. Ich möchte vielleicht, bevor wir da nochmal auf die Begriffsdefinition eingehen, nochmal etwas ganz Amüsantes schildern, weil, bevor jetzt Fake News ja nochmal wirklich hochgekocht sind, war im letzten Jahr noch eher der Begriff postfaktisch das, was so herumgeisterte. Und interessanterweise, Sebastian, gerade jetzt wir, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahre arbeiten wir zusammen. Für uns war das alles nicht neu. Wir hatten nur nicht diese Labels da dran geklebt, die jetzt natürlich in der breiten Öffentlichkeit und auch in der Medienlandschaft benutzt werden. Aber das Konstrukt von postfaktischer Wahrheitsdarstellung oder Meinungsdarstellung, das ist für uns ja eine Sache, die eigentlich Kern unserer Arbeit ist. Oder siehst du es anders? Hast du eine ähnliche Wahrnehmung gehabt? Ich habe eine ähnliche Wahrnehmung gehabt. Ich habe einen anderen Begriff dafür gehabt. Und zwar so seit, wann war das denn? Seit Anfang der 2000er hatte Fox News den Begriff Truthism rausgegeben. Das ist genau das. Also nicht die Wahrheit ist entscheidend, sondern wie man sich mit der Wahrheit gut fühlt. Und das ist ja, dann gab es ja auch, deswegen war ich ganz überrascht über die Heftigkeit der neuen Diskussion, weil es gab ja sogar Studien in den 2000ern, die gezeigt hatten, dass Leute, die Fox News konsumieren, weniger informiert sind als Menschen, die gar keine News konsumieren. Da gab es Studien zu. Das war also alles bekannt und deswegen war ich dann wahrscheinlich so wie du oder wie ihr auch ein Stück weit überrascht als das letztes Jahr so, als das der neue heiße Scheiß gehandelt wurde, weil zumindest viele Medienkollegen mit einem Blick auf die USA das hätten kennen können. Aber gut, ich meine, das ist dann immer so eine, ich glaube, es ist dadurch anders geworden, dass es eine andere gesamtpolitische Relevanz bekommen hat. Ja, das ist so ein bisschen wie eine Band, die über Nacht berühmt zu werden scheint und man vernachlässigt dann aber den Umstand, dass die da vielleicht irgendwie vorher zehn Jahre daran gearbeitet haben. Also quasi kannten wir schon postfaktisch, bevor es kommerziell wurde. Genau. So, genau, da waren die noch gut. Zumindest waren sie mehr zu belächeln. Ich glaube, das Lachen bleibt uns ja allen oft im Halse stecken. Oder blieb uns letztes Jahr zumindest oft im Halse stecken. An vielen Stellen und für mich die Wahrnehmung, dass viele Leute, die immer Probleme hatten, einzuordnen, was ich in meiner Freizeit treibe, spätestens so seit der Mitte des letzten Jahres da einen anderen Blick haben plötzlich. Ja, die Debatten sind vorbei, warum machst du das, wen interessiert das denn, was soll das denn? All die Debatten sind jetzt schon seit ein, zwei Jahren, finde ich, schon vorbei. Und jetzt spätestens, wie gesagt, also gerade diese Reisbürger-Geschichte, das ist jetzt so wirklich, wo die Leute jetzt einfach sagen, es ist ja interessant, dass ihr das damals schon gemacht habt. Aber nichtsdestoweniger wollen wir nochmal, weil das, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, vielleicht auch für unsere Zuhörer in Debatten mal darüber sprechen, was genau ist denn jetzt eine Fake News? Und was ist es eben nicht? Und, Sebastian, da hast du dich ja auch schon relativ intensiv mit auseinandergesetzt und dich auch in sozialen Netzwerken etwas lautstark und zu geäußert, was denn nun was sei. Das kann ich ja. Also, Fake News sind bewusst falsch oder verzerrt dargestellte Meldungen, Nachrichten, die einen Zweck verfolgen. Fake News sind nicht Boulevard, Fake News sind nicht normale Enten, also Falschmeldungen, die passieren. Es ist auch keine Fehler in der Berichterstattung, die sich halt einschleichen können immer mal wieder. Es ist auch keine Satire. Und dann von verantwortungsbewussten Medien auch wieder aufgeklärt werden natürlich. Ja, genau. Und es sind auch keine satirischen Sachen, sondern es ist halt... Echt? Findest du? Weil für mich, entschuldige, dass ich da so dazwischen fahre, weil für mich der Inbegriff von Fake News und damit auch nicht neu ist die Seite Weekly World News. Die gibt es seit einigen Jahren und das ist so ein bisschen wie der Postillon, nur nicht ganz so satirisch. Die setzen völlig abstruse, aber teilweise auch einfach etwas überzogene Nachrichten in die Welt. Und es ist in der Vergangenheit, also wirklich ein sehr hoher Prozentsatz von Storys der Woche, die ich bei Huxilla verwendet habe, sind irgendwann mal bei Weekly World News entstanden. Und dann, weil sie gedacht haben, die seien echt diese Nachrichten von, sagen wir mal so seriösen Nachrichtenportalen aufgegriffen worden und dann eben waren sie nicht mehr aufzuhalten. Und Weekly World News hat nicht ganz so sehr wie der Postillon, aber auch so einen leicht satirischen Anspruch. Und insofern würde ich schon sagen, dass so dieser Begriff der Satire oder des Narrentums da schon eine gewisse Rolle spielt. Ich habe gesehen, dass die Mimikama-Leute das so definieren wie du oder wie ihr. Also meinetwegen. Für mich ist aber, ich habe es nie so gesehen, weil für mich entscheidend ist, dass die Person, die es verbreitet, es als wahr darstellt. Und da fallen dann Sachen wie Onion, Postillon, Titanic, also die ganzen Satire-Seiten unterm Strich raus. Wo man in die Presse gucken muss und da sieht man dann irgendwie... Aber da sieht man es dann. Also das ist aber genau der Punkt. Das ist für mich der Punkt. Das heißt, die tun nicht so als... Also es ist halt Satire. Sie tun eigentlich schon so als ob... Aber wenn man hinguckt ein bisschen... Ich hoffe, dem Hörer ist klar, was wir meinen. Ich glaube, man kann das sogar unter Fakings deklarieren, weil du hast ja gerade schon gesagt, wenn mit dem bewussten Verbreiten von einer nicht realen Meldung, vielleicht wollen wir es mal darauf zurückkommen, eine Agenda verbreitet wird. Oder eine Agenda verbirgt. Wenn man das so definiert, dann könnte man natürlich diesen ganzen Satire-Seiten, die Agenda unterstellen, dass sie damit die Medien karikieren wollen. Das wäre dann eine Agenda, die sozusagen eine Ehrenwerte-Agenda für Fake News, wenn wir es denn mal so nennen wollen, wäre. Und das, was du gerade natürlich geschildert hast, Sebastian, ist dann eher die... Dunkle Seite. Dunkle Seite. Vielleicht das, was man auch Propaganda nennen kann. Das finde ich wiederum nicht. Da habe ich widersprochen. Propaganda ist ja was anderes. Propaganda ist doch eigentlich Werbung. Und das ist ja ein bewusstes Werben für gewisse Inhalte. Der Begriff hat in Deutschland eine sehr negative Konnotation, natürlich gerade durch Goebbels bekommen. Aber an sich heißt Propaganda ja nicht, dass ich lüge. Das weiß ich nicht. Denn für mich zum Beispiel fällt sowas wie die Dolchstoß, Legende, Lüge oder wie auch immer ganz klar unter Propaganda. Aber es gibt ja dieses Buch Propaganda der Tat. Da ging es doch dieses anarchistisch-kommunistische Standardwerk aus den 20ern. Vielleicht sollten wir den Begriff Propaganda ein anderes mal... Ja, das macht gerade sehr breit. Vielleicht sind wir da, wie du schon gerade sagst, durch die deutsche Geschichte natürlich dadurch geprägt, dass in der Propaganda, wie sie denn von Goebbels gemacht wurde, genau Fake News benutzt wurden, um ein Ziel zu benutzen. Also es ging nicht nur um die Verbreitung von Werbung für die neue Partei in Deutschland, sondern zeitgleich natürlich, um sozusagen an die Macht zu kommen, wurden ja auch Falschmeldungen dann bewusst benutzt. Genau, wobei ich glaube, aber das sollte man vielleicht echt nochmal aufdröseln, ich glaube aber, dass das wiederum ein Stilelement war, dass nicht alle die Propaganda benutzt haben zu der Zeit, als Propaganda verstanden hätten. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber ich glaube, das ist kulturhistorisch, politikwissenschaftlich am besten aufzudröseln. Ja, aber vielleicht nochmal ganz wichtig, wenn also ein Journalist sich mal verspricht oder eine falsche Aussage trifft, dann ist das ein Fehler und eben keine Fake News. So wie mit dieser Martin Luther King Büste, die angeblich aus dem Weißen Haus entfernt wurde und das war dann tatsächlich ein Oversight von dem entsprechenden Journalisten, der das aber auch wirklich ganz ehrlich und offen mir da aufgeklärt hat hinterher. Ja, du kannst, also ich meine, das ist ja bekannt, dass ich so Medienwatch-Blogs nicht besonders toll finde. Wenn du Nachrichten liefern musst und zwar schnell liefern musst, dann machst du Fehler. Dann willst du keine Fehler machen und gerade bei den Agenturen sollte alles darauf gedrängt werden, dass keine Fehler passieren, weil Agenturmeldungen ja in Deutschland als wahr gelten, sobald sie im Raum stehen, aber natürlich passieren Fehler. Und das ist, in aller Regel sind das keine Fake News, sondern einfach Fehler, wie sie jedem passieren in seiner Arbeit. Jetzt sehen wir aktuell tatsächlich, wenn wir da den Blick einmal Richtung Amerika richten, wobei man auch da natürlich sagen muss, noch, ich sage das jetzt mal ganz so viel, noch ist Amerika ein souveräner demokratischer Staat. Insofern können wir da hingucken, können das kritisieren, aber... Aber da sieht man, glaube ich, im Moment oder hat in den letzten Monaten doch auch sehr schön gesehen, wie zum Teil wirklich auch Falschmeldungen benutzt wurden, um einen gewissen Eindruck zu machen, also da eine Agenda zu benutzen. Oder ist das nur eine Wahrnehmung, die man so in einer Gesellschaft hat, die gar nicht so stimmt? Wenn wir ehrlich sind, wissen wir es ja nicht. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir ja nicht, welchen Einfluss diese Fake News tatsächlich gehabt haben. Aber wir können festhalten, es hat sie gegeben, sie wurden im Wahlkampf eingesetzt. Den Wahlkampf hat Trump gewonnen und am Ende, wie das so ist, der Erfolg hat immer viele Väter, der Misserfolg ist eine Weise, will jeder es gewesen sein, der Trump zum Sieg geführt hat. Und ich glaube aber insgesamt, dass diese Fake News insofern auf jeden Fall eine Relevanz haben, weil sie in einer Art und Weise und einem Ausmaß konsumiert werden, dass schon eine neue Quantität erreicht hat. Ja, und sie halt auch aus wirklich kommerziellen Gründen absichtlich Massen produziert werden. Wenn ich jetzt an die mazedonische Fake News Schmiede denke und ähnliche Phänomene. Also ich glaube, das ist auch eine Qualität, die wir so in der Form vorher nicht hatten, dass Menschen halt bewusst gesagt haben, mir ist das moralische Gerüst drumherum völlig schnuppe, aber ich mache damit gutes Geld irgendwie. Und deswegen ist es mir halt wurscht, was hinterher damit passiert. Also das Spannende ist auch da, haben wir auch lange Zeit Sachen ausgeblendet. Wir wussten über russische Trollfabriken Bescheid, die auch entsprechende Fake News generiert und verbreitet haben. Phänomene wie Russia Today, Sputnik News sind nicht neu. Ich glaube tatsächlich, dass für uns alle das große Aha-Erwachen in der Aufmerksamkeit, in der Thematik durch die Wahl von Donald Trump passiert ist. und wir auf einmal merken, vielleicht kann es sein, dass die anderen gewinnen. Breitbart ist ja auch so ein Portal, das große Meldungen verbreitet, von denen man dann mitunter feststellen muss, dass diese Dinge so wie sie denn... Es ist vielleicht so, dass die... Ich mache das jetzt mal ganz plakativ. Dunkle und gute Seite der Macht, sage ich mal. Und so Breitbart und die Fake News verbringen... Entschuldige bitte, aber dieser Vergleich ist perfekt, weil ja Steve Bannon sich, das hat er jetzt gerade wieder getan in einem Interview, sich gerne selber als Darth Vader bezeichnet. Sag kurz, wer das ist. Steve Bannon ist ein ehemaliger Breitbart-Macher im Prinzip, der jetzt zum persönlichen Berater von Donald Trump geworden ist, der sozusagen der Strategist-in-Chief sozusagen ist im Weißen Haus. Und dass Steve Bannon rechtsradikal ist und, sagen wir mal so, da auch eine gewisse Linie versucht vorzugeben in der Politik, ist nicht von der Hand zu weisen. Und wie gesagt, also er bezeichnet sich gerne als Darth Vader. Ist es dann so, dass die dunkle Seite der Macht die Technik besser verstanden hat, als die gute Seite der Macht, Sebastian? Ich glaube nicht die Technik. Ich glaube, die dunkle Seite hat besser verstanden, wie man... Oder anders. Hat sich getraut, Menschen anzusprechen. Da, wo die... Bleiben wir mal bei diesen Termini. Wo die helle Seite der Macht geglaubt hat, gewisse Sachen nicht machen zu dürfen. Emotionalisierte Berichterstattung und, und, und. Gerade in Deutschland hat man da ja seit Jahrzehnten eine traditionelle Abscheu in intellektuellen Kreisen davor. Ja, dass diese Berührungsangst hat die dunkle Seite nicht gehabt und hat dementsprechend den Menschen da berührt, wo es ihn eben immer am meisten berührt. Und das ist bei seinen Gefühlen. Ja, wobei ich das persönlich weiter eingrenzen würde. Nicht nur bei seinen Gefühlen, sondern bei ganz bestimmten Gefühlen. Nämlich bei Angst, Abneigung und im Prinzip ja auch Furcht vor dem Unbekannten. Und das finde ich... Also ich kann es nachvollziehen, was du meinst. Und du sprichst dich ja immer für den faktenbasierten Populismus aus, was ich sehr, sehr gut finde. Aber das ist natürlich auch nachvollziehbar, dass sozusagen die intellektuellen Medien an diese Gefühle nicht appellieren wollten. Also, es ist jetzt die Frage, ob es gut ist oder schlecht, aber zumindest ist es nachvollziehbar. Echt? Ist es für dich nachvollziehbar, wenn jemand sagt, nee, vor Klimawandel und Zerstörung durch Klimawandel, da möchte ich den Menschen keine Angst vormachen, weil Angst machen, das macht keinen Sinn? Ich kann es zumindest nachvollziehen, weil man lange Zeit gedacht hat, dass man mit dem Erzeugen von, sagen wir mal so, oder sagen wir einem Appell an Verantwortungsbewusstsein weiterkommt. Es stellt sich jetzt natürlich heraus, dass dem nicht so ist, dass das eben nicht funktioniert. Aber es ist zumindest, finde ich, eine Strategie, der in Ursprung erklärbar ist, um es jetzt mal ganz, ganz vorsichtig zu formulieren. Na gut, der Ursprung... Wie gesagt, also ohne Wertung, ob es gut ist oder nicht. Den Ursprung, den viele wahrscheinlich herleiten, ist dann eben genau die Gefahr, die man gesehen hat, dass man in ein populistisch, in ein autoritäres Regime dann wieder rutschen könnte. Man hat aber dann immer einen Denkfehler gemacht, nämlich zu glauben, dass das für beide Seiten gilt. Und das habe ich nie verstanden. Also warum, das ist ja, nee, ich komme jetzt nicht mit Waffengesetzen, Aber warum sollte sich denn die böse Seite an die Sachen halten, die die gute Seite als Regeln definiert? Das ist ja Blödsinn. Genau. Hat sie nie getan, in keinem Bereich. Insofern macht es doch keinen Sinn, der guten Seite diese Möglichkeit vorzuenthalten. Es sei denn, sie wäre moralisch so verwerflich, wie beispielsweise die Folter es ist, dass sie an sich ein Verletzen der Grundprinzipien der guten Seite ausmachen würde. Aber das sind Gefühle ja nicht. Nee, aber wir haben, glaube ich, im November 2015 haben wir, glaube ich, sehr schön das mal auch formuliert bekommen, Und diese Ansicht, die Alexa ja auch gestellt hat, nämlich, als der Innenminister Lothar de Maizière zur Absage des Länderspiels gegen die Niederlande in Deutschland, dann irgendwann in der Pressekonferenz ja sagte, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung beunruhigen. Verunsichern. Oder verunsichern. Das ist ja eigentlich genau das, über das wir gerade gesprochen haben, da auch wirklich mal zitierfähig dargebracht. Und wie du natürlich richtig darstellst, Sebastian, jetzt ist es genau das passiert. Nämlich andere Leute haben gesagt, wieso, da scheren wir uns gar nicht drum, sondern genau in die Kerbe stoßen wir hinein. Mit der Technik meinte ich übrigens, dass ich den Eindruck habe, dass Social Media, also das Erreichen von Menschen, Ich glaube, das ist allerdings natürlich nicht faktenbasiert, weil ich dazu keine Untersuchungen gemacht habe und ich muss auch gestehen, noch keine gelesen habe, dass so Portale wie Breitbart oder eben auch diese Agenturen, die angefangen haben, diese Fake-News-Fabriken zu mieten und zu finanzieren, besser verstanden haben, wie man noch schneller an die Emotionen der Menschen drankommt. Nämlich genau durch das Internet und durch die sozialen Medien. Das meinte ich mit Technik. Da wird jetzt gerade massiv nachgerüstet. Wir merken jetzt, wie sich die, sagen wir mal, Online-Auftritte der renommierten Medien verbessern, wo es immer mehr Online-Ableger gibt, wo Berichte dezidiert auch nur noch für den Online-Bericht produziert werden. Aber das kommt ja erst später. Und ich habe immer den Eindruck, das ist eine Reaktion auf das, was andere schon lange tun. Das ist spannend, weil das Gefühl habe ich gar nicht bei den großen deutschen Medienhäusern. Vielleicht im Öffentlich-Rechtlichen. Da, finde ich, hat eine große Veränderung stattgefunden in den letzten zwei Jahren. Aber wenn ich jetzt, uns jetzt mal egal, auf wen ich da schaue, Dumont, Springer, Gruner und Jahr, ich habe schon das Gefühl, dass die alle sich in den letzten Jahren unabhängig von dieser ganzen Thematik schon auf die Socken gemacht hatten. Im Öffentlich-Rechtlichen, finde ich, da passiert jetzt was. Aber auch selbst jetzt, wenn man mal auf andere, auch die Süddeutsche und so, die haben ja schon, finde ich, immer gute Online-Arbeit gemacht. Was sich ändert, beobachtbar, finde ich, ist der Social-Media-Umgang der Bundes- oder der generell von staatlichen Institutionen. Die werden besser in den letzten ein, anderthalb Jahren. Und ich finde das Öffentlich-Rechtliche. Da habe ich auch mit vielen Journalisten, Kollegen aus dem Öffentlich-Rechtlichen gesprochen, die sehr unentschlossen waren, lange Zeit. Wie gehen wir mit dieser ganzen Thematik um? Müssen wir mit jedem ins Gespräch kommen? Müssen wir jedem gegenüber wertschätzend bleiben? Dürfen wir Sachen zuspitzen und so weiter? Da merke ich jetzt schon im Moment, da ist letztes Jahr viel in eine Richtung passiert, die mir gefällt. Genau. Bevor wir darüber weitersprechen, wollen wir vielleicht ganz kurz einschieben und mal klären, warum dieser Mechanismus der tendenziösen Nachrichten im Netz so gut funktioniert. Frage, ist das so, weil wir nämlich auch beim Konsumieren von Nachrichtenmeldungen jede dieser Meldungen im Prinzip mit unserem eigenen Weltbild abgleichen und eher das glauben, was unserem schon existierenden Weltbild entspricht? Also ich finde das zum einen auf jeden Fall und zum anderen, es ist dieses alte Thema, über das wir ja glaube ich seit Jahren auch miteinander sprechen, ich muss ja vertrauen. Ich kann nicht jede Quelle überprüfen. Das kann ich nicht. So und dann vertraue ich den Nachrichten, die wahrscheinlich auf mich wirken und wahrscheinlich wirken sie, wenn da irgendwas vorkommt, was ich schon mal gehört habe, wenn irgendwelche Begriffe und Zahlen auftauchen, die es wissenschaftlich klingend machen und wenn es zu dem passt, was ich an sich denke. Wenn so diese Sachen zusammenkommen, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich eine Nachricht noch weiter checke auf die Quelle. Und genau das ist das, wie Fake News funktionieren. Also ich habe, da sind teilweise Universitäten, was habe ich letztens gesehen, Stanford, aber dann geschrieben S-T-U-N-F-U-R-T. Aber beim ersten drüber lesen hast du das Gefühl, okay, das ist halt University of Stanford. War halt rein fiktiv. Aber weißt du, was ich meine? Das klingt irgendwie, es ist ja eigentlich wie bei einer guten Verschwörungstheorie. Du brauchst so ein paar Fakten, die stimmen und dann brauchst du ganz viele Fakten, die nicht stimmen, aber sich gut anfühlen. Und dann ist das Ding rund. Und du kannst, ja es ist immer wieder die Frage, ich glaube ja nicht, dass du an den Konsumenten den Anspruch stellen kannst, er muss alles nachrecherchieren, weil das geht eigentlich nicht und das machen wir alle auch nicht. Ich finde den Ansatz insofern gerade, das wird mir jetzt beim Hören nochmal so richtig klar, insofern auch wahnsinnig faszinierend im Moment, weil das würde ja bedeuten, wenn ich auf eine Nachricht stoße, die absolut sensationell klingt und die mich in meiner vorgefassten Meinung total bestätigt, ich erstmal vielleicht vorsichtig sein sollte. Das heißt, wenn der Artikel dann wenig differenziert ist und sehr schwarz-weiß gefärbt, dann ist Vorsicht geboten und ich sollte gucken, woher die Meldung kommt. Jetzt ist aber das Problem, dass wir in Amerika einen Präsidenten Trump haben, der sich solche Klopse leistet am laufenden Meter, über die die Medien eigentlich kaum mehr differenziert berichten können. Insofern wirken manche Artikel von sehr seriösen Nachrichtenportalen wie genau solche Fake News, weil sie eben sehr einseitig darstellen, warum das, was Trump gerade wieder angestellt oder getwittert hat, absoluter Wahnsinn ist und im Prinzip mit normalen Kategorien gar nicht mehr zu erklären. Ja, bis auf das Wort einseitig. Mhm, okay. Tun sie nicht. Also gerade, ich finde, gerade die US-Medien, was ich sehr bewundere, finde ich kämpfen im Moment zwanghaft fast schon um nicht einseitige Berichterstattung über Trump. Ich verstehe das nicht, ich würde das nicht machen. Also wenn mir jemand den Krieg erklärt, dann kann er Krieg haben. Das ist übrigens die Art, wie wir als Ruhrbarone mit Breitbart jetzt umgehen. Mit den Stinkefinger gezeigt. Genau, das haben wir zweisprachig auch gemacht und auch in den Staaten verbreitet, weil die hier über eine Sache in Dortmund berichtet haben und falsch darüber berichtet haben und wir dann gesagt haben, auch mit sehr deutlichen Worten, ihr kommt in unseren Bereich, ihr kriegt auf die Fresse. Und ich glaube, das ist das, wie ich auch anstelle der US-Medien reagieren würde und die sind ja sehr bemüht, immer noch irgendwie Ausgeglichenheit zu wahren. Ja, schon, wobei, also ich lese sehr viel Politico und sehr viel CNN im Augenblick, dass schon und auch New York Times verhältnismäßig polemisch geworden ist. Doch, da hat sich einiges verändert. Naja, das finde ich nicht. Ich finde, sie benennen Sachen klar. Ja, also, weißt du, wenn jemand sagt, das kennen wir alle drei ja ganz gut, wenn jemand sagt, die Schwerkraft gilt aber nicht auf der Erde, dann können wir sagen, das ist eine sehr interessante Meinung, wir können sagen, das ist eine Meinung, für die es bisher keinem Beleg geht oder wir können sagen, das ist Quatsch. So, und das hat sich geändert. Also, Sachen werden mittlerweile klarer benannt und das finde ich ist ein eigentlich guter Weg, weil ich glaube, dass man dadurch auch Trump, nicht nur Trump, sondern generell Populisten stark macht, dass man es vermeidet, sie mit klaren Begriffen zu benennen und wir ja gerade sehen bei so Leuten wie so einem Rechtsradikalen wie Björn Höcke, dass die zwanghaft auch immer wieder versuchen, genau diese Labels von sich fernzuhalten und wenn sie das versuchen, dann sehen wir ja, dass wir auf einem guten Weg sind, wenn wir sie ihnen geben. Läuft man dann nicht Gefahr? Also, ich sehe das eigentlich so wie du und ich habe auch immer gedacht, die Medien brauchen auch noch einen Schlag mehr Souveränität, aber laufen wir dann nicht Gefahr, dass so jemand, gerade wie Höcke, es schafft, sich zum Opfer zu stilisieren, denn das scheint ja auch so ein Mechanismus zu sein, erst provozieren und dann eine gegenläufige Reaktion erzeugen und dann sagen, ja, aber ich armer Tor, irgendwie werde jetzt wieder von den Medien fertig gemacht. Ja, das ist ein ganz, das ist ein Tanz auf Missers Spitze. Das wird er aber immer versuchen, also egal, ob der Gegenangriff kommt oder nicht kommt. Also wie oft ich im letzten Jahr in die Debatte eingestiegen bin über Themen, die man nicht thematisieren darf, also Flüchtlinge, ne? So, typischer AfD-Schrei letztes Jahr war, da darf man nicht drüber reden. Dann guckst du durch deutsche Fernsehen und siehst, jede dritte bis zweite Talkshow hatte dieses Thema. So, das heißt also, diese Selbstviktimisierungsschiene, die ich übrigens nicht nur für ein rechtes, sondern für ein gesamtgesellschaftliches Phänomen halte, dieser Wunsch, Opfer zu sein, da gab es mal einen schönen Artikel in der Welt zu, das kannst du nicht aufhalten. Du solltest es natürlich nicht über Gebühr unterstützen, aber an einigen Stellen musst du eben, finde ich auch klar, die Grenze ziehen und sagen, du bist eben das und das. Anderes schönes Beispiel ist Pegida-Demo, auf der alle mit fragwürdigen Parolen auf ihren Transparenten rumlaufen und Flaggen und ich weiß nicht was, wo dann jemand in die Kamera sagt, ja, wir dürfen ja unseren Patriotismus gar nicht mehr zeigen. Da müsste man dann einfach mal die Frage stellen, achso, laufen sie jetzt gerade hier gefahren, in den nächsten fünf Minuten verhaftet zu werden, weil sie hier mit einer Deutschlandflagge demonstrieren. Also, das ist so absurd im Prinzip, dass du da teilweise auch einfach, das geht mir leider persönlich oft, so baff davor stehst und gar nicht weißt, wie du auf diese Absurditäten reagieren sollst. Ja, das ist ja die Frage, glaube ich, die wir uns alle stellen im Moment. Was ist genau der eine richtige Weg und ich glaube mittlerweile, den einen richtigen gibt es nicht. Ich glaube, dass es wie so oft um einen ganzen Werkzeugkoffer gehen muss, um verschiedene Sachen zu reparieren. Insofern macht es schon durchaus Sinn, um den Bogen mal ganz kurz wieder ein wenig zurückzuführen, ja auch immer wieder darauf hinzuweisen, was denn genau mit Fake News gemeint ist, denn viele Anhänger der dunklen Seite, das ist ein wunderbares Bild, was wir hier heute ja durchziehen, greifen jetzt ja natürlich mit dem Begriff Fake News sowieso die schon lange in der Kritik stehende Lügenpresse, um mal ein weiteres Schlagwort zu zitieren, an und man erlebt das sehr, sehr häufig dann jetzt eben auch in Debatten im Netz, in Kommentarspalten, in den sozialen Netzwerken, wo jetzt also dann nach der Lügenpresse jetzt die Fake News herangezogen werden und es macht schon Sinn, vielleicht als Einladung mal auf den Hinweis zu geben, was eigentlich Fake News sind, einfach um da auch deutlich zu machen, dass es Unterschiede gibt, ne? Ja, also das zunächst schon und dann wird man merken, glaube ich, bei vielen, dass es aber nichts bringt, weil es nicht um Fakten geht, sondern dass ja Kritik immunisierend durch Tuquoque ist, also man sagt dadurch, ihr macht das ja auch, was ja schon nicht stimmt, aber weil ihr das macht, ist unseres auch okay und unseres ist ja gar nicht so. Und jetzt stecke, und jetzt tue ich mir die Hände auf die Ohren und sage, la, 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 so, ähm, da glaube ich, also ich finde das immer wieder mittlerweile gut, auf Fakten hinzuweisen, ich glaube aber mittlerweile nicht mehr, dass Fakten, der alleinige Verweis auf Fakten, das ist, äh, was uns, äh, retten wird. Ja, ja. Also der Todesstern wurde ja auch nicht, äh, mit, äh, viel Diskussion und Resolution zerstört, ne? Ja. Ja, schon durch Krieg dann am Ende, ne? Ja. Das war, ja, okay. Äh, die, äh, aber wir haben, ich glaube, am schönsten haben wir es dann erlebt, genau das, was du beschreibst, ja in dem, in diesem, äh, auch viral gegangenen YouTube-Video, wo dann ein Journalist vor Conway angesprochen hat, die Beraterin des Präsidenten, nachdem also, also auf allen Ebenen einfach falsche, äh, Informationen über die Inauguration, also die Amtseinführung von Donald Trump veröffentlicht werden mussten, so wie es sich ja heute darstellt scheinbar, ähm, das war ja genau das, also ihre Antwort darauf war ja genau diese Geschichte, dass diese Büste von Martin Luther King entfernt worden sei, das hätten die Journalisten ja auch geschrieben und sie dann am Ende tatsächlich in die Ecke gedrängt, sagte, naja, er hat ja nicht die Unwahrheit gesagt und Fake News wollte sie natürlich nicht benutzen, sondern jetzt eben das nächste Buzzword, äh, dann benutzt hat, danach ist es ja ein Buzzword geworden, nämlich das seien einfach Alternative Facts, was ja im Prinzip auch nichts anderes als Fake News oder Lügen sind dann am Ende, ne? Ja, ja, und ich finde an der Debatte sieht man ganz schön, was in diesem Jahr schon wieder schief läuft bei denen, die gegen Trump sind, zu denen ich mich auch zähle, äh, nämlich nach dem, nach dem Gebrauch dieser Begrifflichkeit, äh, die natürlich daneben ist, äh, gab's eigentlich nur Häme und Spott und ein gegenseitiges sich darüber lustig machen und zu zeigen, guck mal, wie dumm die sind, dass die diese Begriffe benutzen. Und ich hab mich dann gefragt, was muss denn eigentlich noch passieren, damit man rallt, die sind nicht dumm. Ne, die machen das ganz klar. So, die machen das ganz bewusst und die sind jetzt an der Macht und all die lustigen Scherzchen, all das lustige Hashtag-Gesetze hat nichts dagegen geholfen, gar nichts. Genau. Das ist, es gibt so einen ganz alten, dummen Witz, äh, in Bezug auf die DDR, wo, äh, jemand, äh, wo ich dann zwei Leute unterhalte und der eine sagt, stimmt's eigentlich, dass Honecker die Witze sammelt, die die Leute über ihn machen und das Gegenüber sagt, nee, nee, er sammelt die Leute. Ja. Ne, also, man muss, man muss einfach mal abwarten, äh, wie die Administration Trump, äh, damit umgeht und wenn man denn letztendlich, äh, im Moment hat man den Eindruck, er führt es ja ein bisschen wie ein Königreich, ne, also im Moment die Dekrete, die er so rausgibt, die er, die ja noch nicht frei sind, aber im Moment macht er ja Politik ohne irgendwen, sondern, äh, seine Politik zunächst mal. Ohne irgendwen, jein, also ich, ich glaube, dass er, äh, das gleiten wir schon wieder in die Politik ab, aber dass er in, in, in manchen Punkten schon, äh, so, so den, den Lolli gereicht bekommt, äh, und dann irgendwie spielen darf, ähm, dass da aber in, in gewissen Punkten auch ganz klar Pence und Co., äh, ihre Politik durchdrücken wollen. Das Gefühl habe ich gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, Trump liefert das, was er versprochen hat, und zwar wortwörtlich innerhalb der ersten Woche, ähm, deswegen baue ich im Moment, wenn ich auf etwas baue, was etwas bringen kann auf die Republikaner in den USA, so, das ist meiner Meinung nach die einzige, ja, McKay, ja, es sind ja einige, äh, also auch hier, ähm, na, wie hieß er denn, Rubio, also eigentlich hat ja die gesamte, äh, republikanische, äh, Führungsskale mittlerweile sich, äh, irgendwo distanziert oder abgesetzt, äh, das sind die, auf die man hoffen kann, ähm, entscheidend wird natürlich werden, ähm, nicht dieser ganze, äh, Rassismus, Sexismus, äh, Gedönszeug, sondern entscheidend wird für Trump ja als Nagelprobe werden, kann er die abgehängten Arbeiter und Angestellten befriedigen. Mhm, genau. So, denn, ähm, ich teile ja, ähm, nicht die These, dass Trump wegen seines Rassismus oder wegen seines Sexismus gewählt wurde, sondern weil er die Leute erreicht hat, die Hillary nicht erreicht hat und das sind diejenigen, die sich meiner Meinung nach abgehängt fühlten und wenn er die nicht befriedigen können wird, dann wird seine Machtbasis sehr schnell sehr bröckeln. Da würde ich einschränkend hinzufügen, dass die, dass die gesamte, ähm, politische Entwicklung der Republikaner, äh, nach Entstehen der Tea Party, ähm, äh, im Prinzip schon auf diesen Sexismus und, äh, latenten Rassismus hindeutete und das natürlich auch eine Rolle spielt, dass genau diese Leute jetzt zusammen mit Trump, durch Trump, trotz Trump, wie auch immer du es drehen willst, an die Macht gelangt sind, äh, und das natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, aber ich, ich weiß, was du... Das sehe ich anders, das sehe ich, es gibt, aber wir sollten jetzt vielleicht nicht in die Politik, es gibt natürlich auch libertäre Töne, äh, in der Tea Party Bewegung, die ich jetzt begrüße, aber das sollte man, ich glaube, das können wir an anderer Stelle mal diskutieren. Ähm, was, was ich vorhin noch ansprechen wollte, ähm, was jetzt die alternativen Fakten angeht, ähm, ist meiner Meinung nach auch der Punkt, dass im Prinzip solche Leute wie Conway und, äh, ja gut, Spicer jetzt weniger, weil ich Spicer eigentlich eher als armes Würstchen- und Erfüllungsgehilfen sehe, ähm, aber Leute wie Conway, äh, zum Beispiel, ihr Ziel in dem Augenblick schon erreicht haben, wo sie überhaupt ihre Botschaft im Fernsehen verkünden und Misstrauen, äh, unter den Leuten, die es konsumieren, sähen können, was sie denn nun glauben können und was nicht. Also es geht, glaube ich, gar nicht im letzten, äh, in letzter Konsequenz darum, jemanden irgendwie davon zu überzeugen, dass 1,5 Millionen, äh, bei der, äh, Amts, äh, beim Amtsantritt, bei der Vereidigung waren, sondern, äh, im Prinzip darum Misstrauen gegen die, äh, etablierten Medien zu schüren. Genau, und es bleibt nicht eine Seite einfach stehen. Und das ist eine Sache, die wir, die auch wir Journalisten, über die Jahrzehnte einfach dem Konsumenten falsch beigebracht haben, ne? Wir haben ihm beigebracht, wenn es zwei Seiten gibt, ist die Wahrheit nicht auf einer der beiden Seiten. Und das ist schlicht falsch. Und das rächt sich jetzt massiv. Jeder eingeladene Homöopath, jeder eingeladene Alternativmediziner in ein öffentlich-rechtliches Diskussionsformat rächt sich jetzt gnadenlos. Genau. Jeder, jeder RT-Deutsch, äh, Journalist, der irgendwie in eine Talkshow eingeladen wird, wie jüngst bei Malbrit Illner, äh, ohne dass man, also es wurde teilweise versucht, ihm schon einen Einhalt zu gebieten, um mal ganz klar zu benennen, dass er auf der Seite derjenigen steht, die Verwirrung stiften wollen. Aber das, äh, müsste man viel öfter und viel klarer. Ja, und ich meine, äh, zwei, das ist ja auch wiederum gut. Zweifel, die man sät, wirken ja. Der Mensch ist ja Gott sei Dank eben dann doch so ausgelegt, dass er Sachen hinterfragt. So, aber er hinterfragt Sachen immer, wenn Zweifel gesät wird, egal in welche Richtung. Und das ist, äh, da das Problem. Und, ähm, ja, wenn, wenn dann jemand sagen kann, äh, das waren alternative Fakten und das wird auch nur kurz so stehen gelassen, äh, dann hat sie den Punkt gemacht. Ja, jetzt haben wir sehr viel über Fake News gesprochen, über die Zielvorgaben von Fake News, über die Menschen, die Fake News einsetzen, können uns darüber aufregen, können das alle ganz grässlich finden, äh, all diejenigen, die dafür bezahlt werden, die Wahrheit zu verbreiten, so wie wir alle, Sebastian, aus unterschiedlichen Quellen. Aber, äh, wie, 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 vielleicht geben wir unseren Hörern noch mit, wie schützt man sich denn jetzt vor Fake News? Also, Alexa hat's ja auch schon gesagt, ich, jeder von uns ist ein Mensch und wir lesen etwas und wir finden uns in etwas wieder und sagen, Mensch, das klingt so plausibel, daran glaube ich jetzt mal. Ähm, was für, was für Handwerkszeug können wir denn, äh, unseren Hörern an die Hand geben, um sich davor zu schützen, ein Stück weit auf Fake News hereinzufallen, und zwar auf die Fake News, die wir jetzt als solche definiert haben? Ich glaube, die, die Kern, man könnte so ein Ablaufschema machen. Die erste Frage wäre, wie viel Zeit will der Leser damit verbringen, Fake News zu erkennen? Mhm. Ich hätte vor ein paar Monaten noch gesagt, äh, äh, immer Quellen checken, Namen checken und so weiter. Mittlerweile bin ich da an einem anderen Punkt, weil ich, äh, ja, das funktioniert so nicht. Wenn der Leser sagt, ich habe wenig Zeit, Quellen zu checken, dann sollte, oder ich habe wenig Zeit, so, dann sollte er einfach gewisse Nachrichtenportale komplett meiden, die da, die nämlich Fake News verbreiten, und sollte andere Nachrichtenportale nur nutzen, und da könnte man eine Liste machen, ne, also wer... Also, das sollte man nicht sagen, ohne eine Liste mit an die Hand zu geben, ne, weil, also, wenn jetzt jemand daraufhin sagt, ach, dann lese ich halt nur noch RT-Deutsch, dann... Breitbart. Dann lese ich nur noch Breitbart und RT-Deutsch. Also, genau, sagen wir es immer so, es gibt keinen guten Grund, Breitbart, RT-Deutsch, Sputnik News, Kompakt, und, ähm, YouTube-Videos ohne Kennzeichnung eines großen Senders, äh, also eines seriösen Senders, äh... Außer unsere, Sebastian, ne, zu nutzen. So, ne, aber das, so, das würde ich erst mal so sehen. Ja. Die Liste kann man sicherlich, äh, aus- und fortbauen. Ähm, dann, wenn ich so mittel viel Zeit habe, dann sollte ich ruhig mal auf Seiten wie Mimikama, Hoaxilla und all den anderen Seiten vorbeischauen. Snopes.com, äh, genau, äh, sag nochmal, ich bin da reingelabert. Snopes.com, genau, verlegen wir dann halt auch nochmal. Wo Fake News eben gelistet sind und wenn man Mittel bis viel Zeit hat, dann sollte man einfach mal, ähm, ich glaube einfacher als sich, also, ne, erstmal das Impressum der Seite angucken, auf der man es gefunden hat. So, wenn das nicht zusammenpasst zu der Quelle, äh, also wenn beispielsweise irgendein deutschsprachiges Nachrichtenportal im Impressum eine Adresse in Puerto Rico angibt, dann sollte ich mich fragen, ob das so sauber ist. Übrigens, äh, dann, äh, kriegen auch die Kollegen von Psyram einen auf den Deckel, ne, weil die ja ihr Impressum in Hongkong haben. Ja. Ja, aber der Vorwurf an Psyram, das, äh. Genau, ne, kann man natürlich auch kritisieren an der Stelle. Ähm, so, und wenn man, wenn man, was ich mache mittlerweile, ist tatsächlich den Sachverhalt nochmal zu googeln, um zu schauen, wer hat denn noch darüber berichtet und wie. Aber das ist eine Sache, glaube ich, nur wenn du echt Zeit hast. Genau, oder bei Fotos mal die Google-Bildersuche zu Hilfe nehmen, ob das Bild vielleicht doch älter ist als gesagt oder woanders auftaucht oder anders ausschaut oder wie auch immer. Und sich vielleicht fragen, was wäre denn, wenn diese Nachricht falsch wäre? Und zwar egal, ob mir die Nachricht gefällt oder nicht. Also das, das ist so eine Sache, die ich mich auch bei Trump-Meldungen oft frage, ne, also, da sind einfach auch Meldungen bei, wo ich mir denke, also das ist eine Nachricht, ne, egal, ob die stimmt oder nicht, das ist mir egal, so, will ich dem, äh, was ändert das für mich? Und dann gucke ich auch nochmal anders auf Sachen drauf, wenn ich merke, da ist was, was ganz viel für mich ändert, beispielsweise, äh, die Sache mit dem Rücktritt der Leute im Außenministerium, da habe ich nochmal sehr genau drauf geguckt, ähm, unterm Strich kam dabei übrigens für mich raus, ganz so einfach ist es nicht, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also es ist weder ein ganz normaler Zusammenhang, wie einer unserer Bekannten bei Facebook suggerieren wollte über diese CNN-Nachricht, äh, das ist es sicherlich nicht, es ist kein ganz normaler Vorgang, es ist aber auch nicht, äh, eine Undenkbarkeit. Rebellion. Ja, doch, das ist schon so, also, genau, aber es ist, es ist nicht, also es sind vier Leute zurückgetreten im US-Außenministerium, ähm, die schon lange, ähm, in hohen Verwaltungspositionen war und die Debatte, die sich, äh, bei Facebook entbrannte ist, ist das denn als Rebellion gegen Trump zu werten oder ist das ein ganz normaler Vorgang? Und die Wahrheit, also es ist, also die faktische Wahrheit ist die, dass man sagen muss, es werden immer wieder Beamte bei neuen Präsidenten ausgetauscht und es wird stückweit auch erwartet, dass gewisse Beamte zurücktreten, bevor der Präsident sie entlässt. So, das ist erst einmal so, aber, und das ist das, was für mich diesen Sachverhalt jetzt nochmal anders macht, die Leute, die jetzt zurückgetreten sind, waren seit Jahrzehnten unter verschiedensten Präsidenten unterschiedlicher Couleur tätig. Republikaner und Demokraten. Genau, und wenn die zurücktreten, finde ich, hat das dann doch wieder eine andere Facette, weil, ähm, man sich ja, also augenscheinlich, die ja nicht zurückgetreten sind bei anderen Parteiregierungswechseln. Insofern muss ja jetzt was anders sein. Mhm. Ja, wobei man, also wenn man, wenn man eine, äh, fast schon offene Rebellion, äh, gegen, äh, Trump beobachten will, man ja nur, äh, Äußerungen, nicht nur von Demokraten, sondern auch von anderen Republikanern sich anschauen müsste, die jeder überall nachlesen kann. Also was da an, äh, sagen wir mal so vorbehalten, äh, vorsichtig formuliert geäußert wird, äh, das hätte es sicherlich in der krassen Form unter anderen Präsidenten so schnell zumindest nicht gegeben. Ja, warum aber dieses Außenministeriumsding für mich ein ganz großes Ding ist, ähm, und wie ich finde, nicht entsprechend, wobei es ist im Moment einfach auch schwer, alles entsprechend zu würdigen, weil so viel passiert. Für mich sind die Außenministerien eines jeden Landes, oder anders, bei demokratischen Staaten, nee, nicht nur, generell in, in bi- und multilateralen Beziehungen sind für mich die Außenministerien und die Nachrichtendienste die Schlagader der Demokratien und das Miteinander. Also das Spannende ist ja selbst das nationalsozialistische Außenministerium, ne, das definitiv durchdrängt war von Nazi-Ideologie, hat trotzdem personell einige Kontinuität aus der Weimarer Zeit gehabt und war selbst in Kriegszeiten lange Zeit noch in Kontakt zu anderen Staaten. Ne, und wenn ich jetzt höre, und deswegen schockt mich das so, wenn ich jetzt höre, da sind die Leute, die nun wirklich, ähm, von der Pike auf dieses Außenministerium kennen, jetzt weg und das in Kombi mit all den anderen Gestalten, die da jetzt im weifenden Haus rumspringen und eine Außenpolitik, die durch 140 Zeichentweets, äh, mitdefiniert wird, hat mich das schon berührt, weil ich mich dann natürlich frage, ähm, du brauchst ja eine Kommunikationsbasis, um selbst mit deinen Feinden zu sprechen. Genau, und wie gefährlich sowas ist, haben wir ja an dieser Geschichte mit Israel und, äh, Pakistan, äh, gesehen, wo es um eine, unter Umständen, ziemlich handfeste atomare Auseinandersetzung, äh, äh, ging, die, äh, im Prinzip ja fast auf Twitter angeleiert worden ist. Genau, vermutlich, auch da habe ich letztens mit jemandem, äh, von Amadeo Antonio Stiftung drüber gesprochen. Wir haben nämlich ein ganz anderes Problem im Moment. Wir wissen doch eigentlich alle gar nicht, ob hinter diesen Tweets eine Realität steckt. Ja. Also. Ach so, meinst du auch unter, ah, okay. Also, ne, guck mal, wenn das jetzt, wenn das jetzt eine Sache von, von Gegenspionageaktionen wäre, ne, dann, äh, hat Pakistan mit einem Tweet auf einmal seine Kriegsbereitschaft mit Atomwaffen demonstriert. Ja. Von der wir eigentlich nachrichtendienstlich und so normalpolitisch gar nicht wissen, ob sie besteht. Hm. Es wird, es wird einfach komplexer im Moment. Ja. Und, äh, da müssen wir, finde ich, auch Antworten liefern. Da müssen sich auch, finde ich, gerade die, die demokratischen Staaten nochmal aufstellen. Ähm, wie sollen, wie wollen wir soziale Medien, äh, nutzen im Rahmen von bisher normalen diplomatischen und nachrichtendienstlichen Austauschen? Ja. Ich fand das ja spannend. Irgendwer, wer hat denn da jetzt, äh, vermeintlich sein Passwort getwittert? Spicer. Spicer. Ah, genau. So, finde ich spannend, weil er twittert einfach irgendwas, ne? Er könnte ja auch einfach stockbesoffen oder als Ding diese Kombi eingegeben haben. Und es ist eine Top-1-Nachricht weltweit. Ja, ja. Ich, ähm, ich, ähm, also wir haben, glaube ich, die, die Frage, wie man sich schützen kann, ein Stück weit beantwortet. Wir haben ja nochmal eine kleine Schleife gerade gedreht. Ja, schon. Ich glaube, was, ne, völlig legitim, aber ich glaube, was so überbleibt ist, und das ist ja auch schon ein fast tot zitierter Begriff, diese Medienkompetenz, die erwartet wird. Und, ähm, ich glaube, was wir, was wir alle miteinander lernen, ist, dass niemand diese Kompetenz tatsächlich hat, sondern sich die Realität so schnell wandelt, dass wir uns alle ständig diese Kompetenzen, ja, neu erwerben und, und erweitern müssen. Es gibt ganz oft ja die Diskussion darüber, dass Kinder Medienkompetenz lernen müssen, aber eigentlich ist es ja ein bisschen arrogant zu sagen, die Kinder müssen das lernen, weil auch wir Erwachsenen im Wesentlichen mit einem sehr neuen Medium aktiv sind, mit einem Medium, was sich ständig wandelt. Und wenn man Dinge wie Social Bots, also irgendwelche automatisierten Tweets, die so tun, als ob sie reale Personen seien, äh, das wollen wir uns bei Hoxsala auch nochmal demnächst anschauen, ähm, dann müssen wir alle ständig lernen. Das heißt, man muss sich auch bewusst sein, dass, äh, die gute alte Zeit, in der wir eines der Leitmedien, äh, am besten noch Print aufgeschlagen haben, am Sonntag und das gelesen haben und sozusagen auf alles verlassen haben, was da drin steht, was vielleicht damals auch schon falsch war, äh, aber das ist jetzt komplett vorbei, weil Nachrichten können uns auf tausende von Arten erreichen. Oder sie kommt wieder. Da habe ich in letzter Zeit viel mit, mit, mit medienpolitischen Leuten auch mal drüber gesprochen. Die Frage ist ja, was steht am Ende des Ganzen, ne? Und es gibt, finde ich, drei Szenarien. Das erste Szenario gefällt keinem, äh, Trump erwacht morgens, hat keinen Bock auf Mexiko, drückt auf den Atombombenschalter und wir brauchen uns über Medien überhaupt keine Gedanken mehr machen. So, das ist Szenario eins, das wollen wir alle nicht. Szenario zwei ist, äh, das Ganze bleibt, wie es ist und es gibt im Prinzip eine Spaltung zwischen Menschen, die mit Medien umgehen können und Menschen, die das nicht können. Unser Ziel derjenigen, die sich für diejenigen halten, die damit umgehen können, muss es ja sein, die anderen zu befähigen. Es gibt ja auch da wieder zwei Möglichkeiten. Entweder wir befähigen alle, damit umzugehen, weil ansonsten, äh, haben die anderen ja, äh, irgendwann die, die Mehrheit und es ist scheißegal, dass wir damit umgehen können. Äh, äh, oder wir unterdrücken in einem Staat all diejenigen, die keine Ahnung haben. Das ist dann so das 1984-Szenario. Das ist, denke ich, nichts, was unserem Menschenbild entspricht. Das zweite Szenario ist aber, dass die Menschen, äh, die Menschen-TM irgendwann wieder merken, ähm, dass sie Journalisten brauchen, damit sie Sachen eingeordnet bekommen, weil sie merken, dass sie sonst in Infos und in der Prüfung von Informationen ertrinken. Das heißt, dass die, äh, Bürgerinnen und Bürger wieder bereit sind, Journalisten ihren Job machen zu lassen. Ja. Darf ich, darf ich da mal eine steile These noch, äh, einwerfen, ähm, dass zu dieser Medienkompetenz auch eine gewisse, äh, emotionale Kompetenz gehört, nämlich, äh, um mal, äh, also ich hoffe, ich projiziere jetzt nicht, äh, von mir auf, auf andere, äh, dass man doch öfter mal die emotionale, äh, Investiertheit, die man so bei gewissen Meldungen verspürt, äh, ein Stück, äh, zurückfahren sollte. Also einfach mal irgendwie einen Schritt zurücktreten, einmal tief durchatmen, vielleicht bis zehn zählen und dann die Meldung nochmal neu bewerten sollte. Das fände ich gut, das wird aber nicht funktionieren, weil es der menschlichen Natur widerspricht. Ja, 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 klar. Dazu müsste man sich erziehen, ja. Nee, ich halte alle Ansätze für nicht gut, die der menschlichen Natur zu widersaufen, an der Stelle. Spannend. Weil das, das, das wird, das funktioniert, aber das braucht Jahrhunderte. Mhm, mhm. Und das, ich glaube nicht, dass wir diese Zeit im Moment haben. Mhm, nee, ganz sicher nicht. Aber deswegen vielleicht, äh, sollten da draußen, äh, Schulen zuhören, ne? Äh, es spricht nichts dagegen, Leute wie uns drei in Schulen einzuladen. Ich hatte vorgestern einen ganz, äh, verhuschten, äh, Anruf einer, äh, ähm, Klassenlehrerin aus Dortmund, einer Realschule, wo ich jetzt eingeladen bin. Die machen was zu Verschwörungstheorien im Kontext der Reichsprogromnacht. Das dann so als Schulveranstaltung, die von der Geschichts-AG vorbereitet wird, ich glaube, ähm, auch das dauert natürlich Zeit, weil bis Schüler und so weiter, aber da ist es zumindest absehbar, dass die ja, äh, Staatsgestalten sein werden. Und insofern, ähm, ich spreche jetzt einfach mal für euch mit. Man kann uns auch gerne an Schulen einladen. Ja, klar. Ja, hier geht's. Wahrscheinlich. Sehr, sehr gerne sogar. Äh, ist auch interessant, dass, äh, also, ich hab's bei vielen jungen Leuten auch erlebt, dass sie deutlich kritischer mit vielen Dingen umgehen, als dass, äh, oft auch ihnen zugestanden wird. Ja, wir trauen wahrscheinlich den jüngeren Leuten eh öfter mal zu wenig zu. Naja, und wir sehen ja auch, wer bei, in den sozialen Medien in Deutschland ist, ne? Also, im Vergleich zu anderen OECD-Ländern sind in Deutschland diejenigen, äh, vor allem, die eine geringe Formalbildung haben. Das ist in fast allen anderen OECD-Ländern anders. Und das, finde ich, merkst du auch ganz stark. Wobei ich heute in Vorbereitung auf diese Sendung tatsächlich, ähm, mal ein bisschen geguckt habe, ähm, über AfD-Sachen, die gestern so rumgingen. Und ich hab das Gefühl, dass die Anzahl der AfD, oder die Anzahl der Kommentarspalten, die kampflos den AfD-Hongs überlassen werden, kleiner wird. Das war schon mal anders. Ja, ich glaube, nochmal, dieses, dieses Höcke-Video hat, glaube ich, da nochmal bei ein, zwei Leuten noch ein wenig, äh, gar nicht gesagt, eine Abwendung von der Partei. Das will ich gar nicht behaupten. Aber es hat viele Leute nochmal wachgemacht, zu sagen, irgendwas muss man doch dagegen tun. Und wenn es dann zumindest mal eine Gegenargumentation ist, wenn sie mir unterkommt. Ich glaube, das ist eher das. Das ist die eine Seite. Und dann natürlich die Tatsache, dass wir alle im Moment über Fake News und Social Bots und Co. reden. Und einfach da vielleicht auch ein Bewusstsein geschaffen wird. Und Studien zeigen ja, dass, äh, es sinnvoll ist, da, wo Verschwörungstheorien oder Fake News präsentiert werden, zumindest einmal dagegen zu halten, weil das die Lesenden sehr wohl beeinflusst. Hat eine Forschungsgruppe von Swami et al., ich glaube, 2014, 2000, irgendwann, also in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, gezeigt, dass das sehr wohl wahrgenommen wird bei der Bewertung einer solchen Nachricht. Also, ihr Lieben da draußen, kommentiert auch schön alles Mögliche. Genau. Genau, zum Thema AfD, vielleicht könnt ihr immer in dem Dingens, hier in der Episodenbeschreibung meinen Artikel verlinken, wo ich auch nochmal sehr genau darauf eingehe, wie ich finde, dass wir Medienschaffenden in 2017 nicht mehr über jedes AfD-Stöckchen springen sollen. Sehr wohl. Das wäre mir sehr wichtig. Der ist bei dem Portal Rohrbarone erschienen, ne? Ja, bei diesem wunderbaren Portal, der Artikel heißt, der AfD das Stöckchen klauen. Ja, werden wir noch verlinken. Wer Sebastian auch mal lesen möchte, neben seinen ganzen Tätigkeiten am Institut Bartoschek, ist er auch einer der fleißigen Autoren des Portals Rohrbarone, die nicht nur über das Internet, nicht nur über das Ruhrgebiet schreiben, sondern natürlich auch auf bundesweite Themen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Da gibt es auch einen Podcast, Sebastian, vielleicht sagst du da noch zwei Worte zu. Genau, den gibt es jetzt seit letztem Jahr. Der Sebastian Weyermann und ich, die politisch sehr weit auseinanderstehen einerseits. Das zeichnet uns Rohrbarone ja aus. Herr Weyermann ist ein Linksautonomer, wie er sich, glaube ich, selbst bezeichnet. Und jeden dritten Donnerstag im Monat podcasten wir jetzt zu politischen Themen und beleuchten die zwischen politischer und journalistischer Blickrichtung. Genau, da kann man dann auch nochmal reinhören. Und wer jetzt als Neuhörer bei Huxilla ist und sagt, der Herr Bartoschek, der ist mir zwar sehr launig, aber irgendwie sagt er nicht ganz doofes Zeug. Es gibt rechterhand so eine Hashtag, ne, eine Hashtag-Wolke ist sogar eine Tag-Wolke, sagt man, glaube ich, neudeutsch. So, da gibt es auch deinen Namen, der relativ groß ist, weil du häufig bei uns erwähnt wirst. Ach. Und wenn man da auf deinen Namen klickt, kriegt man auch alle Huxilla-Episoden, in denen du eine Rolle spielst, so auf einem Stück rausgeschmissen. Und dann kann man sich mal dezidiert auch die Episoden mit Sebastian Bartoschek anhören, wer es denn dann möchte. Ja, ich habe ein krasses Rauschen hier in der Leitung. Ich glaube, das ist ein Zeichen zum Ende. Dass wir aufhören wollen, genau. Sebastian, dann vielen, vielen Dank dafür, dass du hier zu diesem Thema uns zur Verfügung gestanden hast als Experte. Immer schön, mit dir zu reden. Dir alles Gute. Und wenn ihr Fragen an Sebastian habt, natürlich gerne an uns. Oder ihr findet ihn auch so im Netz, wenn ihr das mögt. Und wir hören und sehen uns ganz weit wieder, Sebastian. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke, dass ich hier mal dabei sein durfte. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ja, ich glaube, eine ganz interessante Gesprächsrunde, die sich hier ergeben hat, vielleicht etwas ungewöhnlich für unsere Sendung, aber ein wichtiges Thema nochmal, die Definition von Fake News, nochmal einige Ratschläge zu geben, wie man sich denn orientieren kann auf der Suche nach der Wahrheit, TM in Anführungsstrichen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut herausgestellt in dieser Episode, werden für das nächste Mal, das haben wir uns schon fest vorgenommen, mal wieder sowas richtig schön Huxeler-eskes raussuchen, so wie ihr das von früher kennt. Das läuft dann schon unter Eskapismus wahrscheinlich noch. Wir müssen natürlich jetzt noch aufklären, Alexa, was es denn mit dieser Geschichte auf sich hat. Ja, die Aussage von Mike Pence, dass es, wenn es Frauen möglich wäre, Abtreibungen zu bekommen, wenn sie vergewaltigt worden sind, dazu führen würde, dass sie versuchen würden, vergewaltigt zu werden, ist tatsächlich eine Falschmeldung und etwas, wo man tatsächlich auch mal wirklich genauer hingucken sollte. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass das Ganze auf dem Newsportal Newslow zu finden ist. Also das Ganze sind News wie die Neuigkeiten, lo.com. Und das ist ein Portal, was seine Artikel relativ geschickt aufbaut. Am Anfang ist immer etwas, was durchaus einen wahren Kern hat. Also, dass die Republikaner, sagen wir mal so, das Recht der Frauen auf das zu bestimmen, was mit ihrem eigenen Körper passiert, nicht so ganz so sehen wie viele liberalere Menschen. Das ist sicherlich richtig. Das wird am Anfang dieses Artikels beschrieben. Und dann kommt es eben zu dieser Aussage und der Ausführung, die ich eingangs so ein bisschen beschrieben hatte. Wir haben also eine Meldung, die aus einem wahren Kern besteht, um den dann herum so eine Falschmeldung gebaut ist. Das macht es natürlich ein bisschen perfide, weil es schwierig ist zu erkennen. Aber zum Glück gibt es Seiten wie Snopes.com, die dieser Tage immer noch genau hinschauen, noch genauer hinschauen und die Welt eben täglich mit der Möglichkeit versorgen, mal hinter die Kulissen von solchen Meldungen zu blicken. Das ist eine großartige Arbeit, die die leisten, genauso wie die Leute von Mimikama. Und da sollte man durchaus öfter mal vorbeischauen. Übrigens interessant in dem Zusammenhang, dass selbst Snopes.com, die ja auch nicht nur die Banken, wenn Mike Pence nicht wirklich solche schrecklichen Aussagen tätigt, wie da beschrieben wurden, sondern auch solche Sachen debunkt, die Trump in einem besseren Licht dastehen lassen würden, also durchaus sich auch mal kritisch äußert zu Trump und seiner Regierung, mussten auch schon mit einem massiven Shitstorm der politischen Gegner beziehungsweise der Anhänger von Trump und Co. sich auseinandersetzen. Und da sieht man mal, also die Leute, die sich für die Aufklärung einsetzen und für die Verbreitung der Wahrheit einsetzen, haben es auch nicht so leicht dieser Tage. Tja, da bleibt man zu sagen, nichts ist verrückter als die Realität. Man muss allerdings immer genau schauen, wer denn über die Realität berichtet. Das wird sicherlich nicht einfacher werden in den nächsten Jahren. Ich denke, wir werden versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Aber an sich fällt mir jetzt gar nichts ein, um die Sendung auf eine heitere Note dann enden zu lassen. Insofern wünschen wir euch allen da draußen erstmal nur eine gute Zeit bis zur nächsten Episode von Huxilla. Und natürlich bleibt mir nichts anderes zu sagen, als am Ende, als immer schön skeptisch bleiben. Und lieb zueinander sein. Tschüss. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.